Hallo und herzlich willkommen zu diesem Geek Week German Tutorial. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr die Festplattenzugriffe eures Rechners beschleunigen könnt. Das funktioniert unter allen Windows-Versionen, die das NTFS-Dateisystem verwenden, also auch unter Windows XP. In der Videobeschreibung zeige ich noch, wo die einzelnen Einträge in der Registrierdatenbank zu finden sind, unter den verschiedenen Windows-Versionen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Windows legt zur Verwaltung seines Dateisystems eine MFT-Datei an. Das nennt sich richtig Master File Table. Das ist eine Tabelle, die Informationen zu allen auf der Festplatte gespeicherten Daten und Dateien verwaltet. Normalerweise wird für die Verwaltung des Dateisystems ungefähr 12,5% des vorhandenen Festplattenspeichers verwendet. Wenn ihr allerdings, und heutzutage ist das ja recht üblich, Hunderttausende von Bildern und MP3-Dateien, also sprich eine irrsinnig hohe Anzahl von Dateien auf eurem Rechner habt, reichen diese 12,5% nicht mehr aus. Das heißt, diese Tabelle wird fragmentiert, es müssen ständig Daten gelöscht werden, weil kein Platz mehr ist und Daten werden immer neu geschrieben. Das bremst das Ganze aus. Jetzt könnte man doch einfach aus den 12,5% zum Beispiel 25% machen. Dann würde ein Viertel der Festplattenkapazität für die Verwaltung verwendet und der Rest würde für Daten zur Verfügung stehen. Wenn natürlich die Festplatte voll wird, haben die Daten natürlich Vorzug. Wenn ihr eine 1000 GB Festplatte habt, braucht ihr keine Angst zu haben, dann sind nicht 250 GB verloren. Wenn die Festplatte voll wird, dann wird die MFT-Datei einfach verkleinert. Fangen wir mal an. Wir drücken die Windows-Taste und R, geben Rack-Edit ein und drücken auf OK. Wir befinden uns im Registrierungs-Editor und suchen hier den Zweig Local Machine, System, Current Control Set, Control und unter Control suchen wir File System. Wenn wir jetzt hier auf File System draufklicken, finden wir hier den Eintrag NTFS MFT Zone Reservation. Wenn wir das doppelt anklicken, können wir einen Wert eingeben. Bei mir ist der Standardwert 0, das ist wahrscheinlich die Default-Einstellung und ihr könnt jetzt folgende Werte eingeben. 1 bedeutet 12,5%, 2 bedeutet 25%. Im Microsoft Manual dazu steht geschrieben, für Workstations ist 2 gut geeignet, für ganz normal genutzte Computer 1, für kleine Server 3 und die absolute schnellste Verwendung kann man erreichen, indem man 4 einstellt. Das würde ich nicht tun. Ich empfehle einen Wert von 2. Ganz interessant ist das auch, wenn ihr zum Beispiel einen HTPC habt, also einen Mediasender, wo irrsinnig viele Dateien drauf sind, zum Beispiel eure komplette MP3-Sammlung und damit könntet ihr das Ganze ordentlich beschleunigen. Jetzt haben wir auf 2 gestellt und wenn wir das Ganze jetzt schließen und das System neu starten, werden die neuen Optionen übernommen. Natürlich kann das System nicht sofort davon profitieren. Das ist ein Eintrag, der sich erst in Zukunft auswirkt auf die Leistung. Wenn eure Festplatte auch schon bis zum Rand voll ist, kann die MFT-Datei natürlich nicht vergrößert werden, weil ja kein Platz da ist. Also das Ganze macht ihr am besten auf einem relativ frischen System, damit alle Daten, die dazukommen, direkt in die MFT-Datei aufgenommen werden. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr fandet mein Tutorial nützlich. Weitere Informationen findet ihr wie immer auf meiner Homepage www.geekweekgerman.de Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Tschüss!